hellgrün also mit grau grün mit rosa grün mit dem sonst geht nichts sondern auch schnell das verbrennen geht nicht ach kakao ist ja an sich schon die farbe glaube ich kann ich irgendwas anderes noch mit kakao anscheinend nicht dann habe ich eine ganze ecke farben und wir begeben uns was mache ich denn die ganze zeit damit es so schnell dunkel wird blau brauche ich noch dann kriege ich noch hellblau bla 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 so blau blau es gibt hellblau mit weiss ergibt nichts bla und schwarz blau mit schwarz wir müssen doch mal, wir müssen noch, ist das hellblau, ne das ist noch blau, das ist blau, violett gibt es noch, ok, die zwei violetten noch was helles, nö, grün haben wir was helles, geld gibt es nichts helles, das sollte jetzt auch reichen, also mehr, wir müssen das was wie die Schafe zusammen kriegen, die wir hier mit unserem Zeug hantieren, den Hof hier würde ich gerne mal bearbeiten, der sieht noch ganz ok aus, aber es geht besser, huch, das Bett hat einen Grafikpack gerade gehabt, das Bett, oder, ach ne, jetzt soll sie sein, ne doch, hier, Grafikpack, hä, hier ist es richtig, aber hier, strange, ok, gut, jawohl, da habe ich noch keines, sonst würde ich hier gleich den Tisch bearbeiten, machen wir später, wir kümmern uns das vom ein Haus, von außen macht das Haus ja schon was her, deswegen von innen noch, so, fangen wir mal an, mit, äh, zwei roten Schafen, zwei lilanen, das Problem ist halt, äh, ich mache jetzt erstmal zwei von jedem, dann können wir nämlich die beiden Paaren lassen miteinander, so, und dann können wir neue Schafe machen, er kommt hier alle her, alle her, hier noch, wie kommst du denn da raus? achso, du bist ja ins Borntierstücke, ich werde verlieren und gleich mal an meinem Weizen, gleich vorbei, ok, äh, leute, ihr seid, hin dran, so, dann kommt die Wolle mal weg, dann fangen wir jetzt weiter mit, Orangen Schafen, weil die brauche ich ja eigentlich, und du bist da noch ein kleines Orange, ist das jetzt eigentlich Lila geworden, und was brauche ich noch, schwarz brauche ich, so, da haben sich zwei falsche Schafe miteinander gepaart, achso, deswegen, so, dann hätte ich gerne euer Anlitz, wunderschön so, dann packe ich mit mir, ich ziehe auch mal eine Kiste hin, und da packe ich die ganzen Farbstoffe alle rein, ich müsste hier so wunderwolle Kiste haben, ne, da habe ich ja vorhin rausgeholt, Wolle, huch, das war nicht geblatt, Wolle, 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 Farbstoff, 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 packe ich mal ganz runter, weil dann kann ich hier ein bisschen weitermachen noch, so, dazu passt der, rosa habe ich jetzt gar nicht mehr, äh, hellgrau, nehmen wir mal noch grün hier rein, roten Farbstoff habe ich jetzt auch keinen mehr, blauer Farbstoff, hellblau, hellgrau, blau, braun haben wir noch, rosa, violett, das ist rosa, okay, ähm, ja, dann habe ich da Wollesorten 1, und dann mache ich da mal, das klackt gerade mega, obwohl ich 30 FPS habe, was geht jetzt schief, ich habe 30 FPS, stabil, aber es klackt, ich kann nichts machen, also wenig, äh, hallo Minecraft, hallo, hallo, ach, die Hühner, die Hühner, na, äh, Wollesorten, ja komm hier, dann, dann, Moment, ich schalte die Hühner aus, das muss ich echt besser kontrollieren, okay, merken, Hühner nicht so lange anlassen, la, 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 oh, ja, okay, ja, gut, es sind die Hühner, mein Gott, so, Schalter, ah, gut, dann, äh, holen wir uns kurz ein paar von den Hühnern, und dann passt das wieder alles, aber ich habe immer noch 30 FPS, obwohl ich hier stehe gerade, ist irgendwie seltsam, aber gut, aber gut, aber gut, dann halt nicht, so, vier Schwerter genommen, und einfach mal komplett durch die Riege durch hier, ich raff meine FPS anzeige nicht, das zeigt mir wirklich stabil 30 FPS an, obwohl es hier nackt, wie so ein, weiß nicht, wieder bewegen sich aber alle flüssige Ferne, sooo, La, la la, 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 la la, 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 lao, la, 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 la. sooo, Gabriel- tries to escape, es ist gelφt, dass die Hühner sterben, acht, f遊戲 später ... so, ich krieg gleich ... oh ja, ich kriege eh jetzt irgendwie schon ... so, ich kriege eh, jetzt käme ... aber ... Hallo, ich esse gerade was, spiel, ich esse was. Okay, dann hab ich das gemacht und weiter geht's hier, aber es wird langsam normal wieder. So, ist aber auch ein cooles Zeichen, denn du weißt sofort, wann die Hühnerfalle voll ist. Woran siehst du es? Du lagst durch die Gegend. Dum, 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 dum. Und okay, jetzt sind die Hühner normalen, oops, jetzt hat die Hühner normaler, Qualität wieder und ich kann wieder ohne Probleme alles öffnen und schließen. Jawoll, so wollte ich es haben. Lalalalalala Dein fröhliches Jahr. Ich war voll vorbei die Zeit, aber ich finde es trotzdem mehr, weil ich habe Spaß im Leben. Und wieder Eier. So, das brauche ich mal weg hier. Das brauche ich nämlich nicht. Das brauche ich gerade nicht. Lass mich nicht rein. Das brauche ich nicht, ja. Dann brauche ich das alles später nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich gerade nicht. So. Hier komme ich nicht mehr hoch. Das habe ich hier umgebaut. Lalalalalala Sieht aus wie so ein Bautisch. Kennt ihr das von den Arbeitern so? Wenn die ihre Tüche so aufbauen stellen, dann ihre Pläne da drauf liegen. So sieht das aus. Guck mal, hier könnte ich ja die Teppiche dazwischen fügen. Genau. Wunderschön. So. 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 schaffe gibt es noch ein glas war ein kühlkörner spiel auch mal dahinter führen dann da hinten sind aber hier sollen die von uns erschaffen hat noch nicht 1234 ja das fünfte bringt niemandem was so ich habe die schaffern schon zwei schwarz gefährt weil ich glaube ich habe keinen schwarzen farbstoff mehr gehabt doch habe ich noch gehabt schwarzer farbstoff oder hellblau kommen weil wir so viel spaß am leben haben ja auch hellblau so schwarz ich hier rein lila kommt hier rein orange kommt hier rein geld möchte ich noch nehmen ich mag gelb gelb ist mein lieblingsfarbe egal was du sagst gelb ist voll schwul ist mir egal mann weil sie nicht für eine farbe schwul sein kann du hast doch gelb gemacht haben wir noch irgendwelche anderen farbigen tiere das ist ein fehler schaf ein blutschaf was ein er war er war noch ein rosa ich muss das mal alle zu wolle kommen lassen wieder mit weiß was ich überhaupt für farben habe das war blacky unsere kleine bläcke hier so und dann hol ich mal einen schönen so und ich habe ich dich 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 habe ich und ja gut spaß wollen dass ich so lieber rein ich will ne wachs mal ein bisschen schneller scharf und deswegen kenne ich mal jetzt ein bisschen hier die kür und spawnen die kür auch nicht weil wenn zu viel scharfe dann spawnen die kür ja auch nicht mehr die exponer spawnen die auch noch bis zu einer bestimmten menge gerät ich müsste sogar keine kür mehr spawnen jetzt schon jetzt schon ja jetzt schon euch noch ein bisschen schwarze wurde darauf kommt es mir gerade eigentlich an dass ich ein bisschen schwarze wollen kann ich eigentlich kann ich eigentlich ne kann ich nicht gehen noch einer leider bist du nie egal was wir schlafen vorher irgendwie so viel ich bin nicht alle umso nach dem motto was zugemacht habe ich zugemacht da hinten ja ich kann ja ich kann ja nicht mal nacht lassen so da kann ich mich jetzt hier 22 hin und orange machen wir natürlich noch was wir oben haben und die restliche wolle weg orange haben wir noch ein bisschen was rot haben wir eine ganze ecke äh lila kommt da rein gelb kommt da rein ich finde diese kontraste ja auch immer ziemlich geil orange und lila ist ja ein kontrast ich nehme mal hier die wo ich ne menge habe so orange und lila waren der kontrastfarben äh ich glaube grün und rot war war grün und rot und was bleibt üblich gelb und gelb und blau das waren die kontrastfarben wie gelb oder gelb und blöde schon lange her mit der schule das sieht aber ziemlich geil aus ich weiß auf jeden fall dass die beiden sind kontrastfarben so genug mit kontrastfarben jetzt was man ja so wunderschöner teppich hier es gibt eben alles sich ein Paramount ... ... Seid some